Wir gucken, wir machen es immer so, Part 1 bei mir, Part 2 dann bei, bei Lloyd, Part 3 dann bei mir, der erste Teil und der zweite Teil bei Lloyd. Es steht dann immer da, genau. Auf welchen Video mehr Likes und auf welcher Plattform da kommt dann der nächste Part, die ersten zwei Minuten und dann der Rest auf dem Mix läuft. Ich warte ja auch immer noch auf das Level, das du createst für Super Mario Maker 2. Das versprochene Level. Das versprochene Level. Simon, dieser Gruß geht auch an dich. Simon, mach uns Level. Ich bin schon fast fertig, hat er gesagt vor vier Monaten. Das war dann der letzte Stand, als er niemals was von ihm hat. Das ist übrigens ein Spiel, da wo Varin so herzhaft Yoshi in den Tod gerissen hat eben. Ja, weil du einfach das noch nicht gemacht hattest. Ja, wirklich. Wie konnte ich? Du bist dran übrigens. Ich war noch ganz traurig. Ja, Mensch, ich wäre dran. Sag doch was. Ich erzähle gerade, ich fühle gerade meinen Monologen. Normalerweise fühle ich keine Dialoge. Ich bin das nicht gewohnt. Ja, normalerweise nicht. Ich gucke auch die ganze Zeit aufs Chatfenster, aber es chattet gar keiner. Du sitzt neben mir. Ja. Echt mal, Leute, schreib doch mal was. Was soll denn? Mann! Der blöde Knopf reagiert nicht, weil ich mich von Bono anhalte. Ah, siehste. Wunderbar. So, fressen. Und drinlaufen. So, macht man das, Leute. Sehr, sehr schön. Sehr schön. So, war das für eine Bindung zu Super Mario World. Erzähl mal. Habe ich das schon erzählt? Ich bin spielsüchtig jetzt. Vielsüchtig jetzt. Jetzt erst mal. Nein. Also, was eigentlich für eine Bindung ist. Es ist, glaube ich, eins der ersten Spiele. Ja, ich musste kurz, ich habe kurz überlegt. Geht das Ding bis nach oben hoch, oder? Aber die Reaktion war da. Mein Glücksspiel bleibt noch. Wo Barin süchtig ist, aber das ist nicht schlimm. Ich habe aber schon ganz schwitzige Hände. Ich denke die ganze Zeit, was habe ich denn endlich mal? Ah, wo rollt das gut hin? Super Mario Maker 2. Deswegen fragen wir euch, wie steht ihr zu Unterwasserwelten? Wenn ihr wissen wollt, wie wir dazu stehen, kommt. Schau dir. Wir sind eigentlich im Wölzchen. Wir haben Besuch. Vielleicht solltest du deine Cola nicht so offen stehen lassen, wenn ihr in die Wespe ist. Ja, da hast du recht. Alter, hättest du drauf gehen sollen? Achso, scheiße. Ich habe mich so konzentriert. Er war so begeistert von dem Sliding. So lernt man auch nach, was haben wir gesagt, 94. Also sind es jetzt 25 Jahre. Aber dafür werden wir jetzt einfach sagen, dann schreibt einfach unter diesem Part. Wie steht ihr zu Super Mario Unterwasserwelten? Schreibt es am besten unter jedem Part. Ja, genau. Somit habt ihr in jedem Part nämlich angeguckt, das Spiel, wir haben die Views. So ist scheißegal, was da steht. Hauptsache, Hauptsache einfach. Hauptsache Views. Geh nicht unter. Tod sein, das mache ich hier. Das sah lustig aus, oder? Nein! Alter! Nein, es war trotzdem zu spät. Alter, das war... Verdammt. Das war ja krass. Schade. Ich hätte rüberfliegen sollen. Das hätte funktioniert. Gut, ich kümmere mich mal um die Westen. Okay. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das mit dem Cape funktioniert. So, der gute Herr Arbeit kümmert sich um die Westen, während wir hier versuchen, um die zur Rande zu kommen. So, bitte mal alle applaudieren. Herr Barin, Arbeit, Sitz, wieder. Kleidem Applaus. Also, wenn ihr diesen Part seht, habe ich einen Monat vorher mich hingesetzt. Stark. Danke für den Applaus. Ach, scheiße, wir nehmen gar nicht auf. Was? Fast. Alter. Ich verbeine. Nein. So, aber du hast ja gesehen, wie man es machen könnte. Vor allem da ist eine kleine Durststrecke drin, aber das kriegen wir auch. Also, sind wir hier schon fünf Minuten am Spielen und sind noch nirgendwo. Aber wir hatten auch Probleme. Westen, Donuts mussten gegessen werden. Also, ich habe keinen mehr gegessen. Wer weiß, meine beiden Donuts habe ich im ersten Part schon vernichtet. Endlich. Glücksspiel. Oh nein. Ah, leider nee. Ihr könnt schon mal bitte... Ah, shit. Die Telefonnummer in die Kommentare schreiben von der nächsten, ähm... Suchtberatungshilfe-Gruppe-Institution. Wie auch immer. Bitte, äh... Das ist eine ernste Sache. Lass mich wieder rein! Lass mich wieder rein! Ihr seht das. Das ist wirklich eine ernste Sache. Also, die Stimme-Action ist immer noch umgeschlagen. Lass mich wieder rein! Wow! War gut! War mega! War schwer! Wollt ihr mehr von solchen geilen Aktionen sehen? Dann scheint doch beim nächsten Mal wieder ein! Im dritten Part! What a freak! Scheiße! Oh, du Friege! Aber Barin, du hast echt... Also, du hast echt die schwersten Levels auf jeden Fall. Ich will das auch... Das ist eine Un... Äh... Eine... Ach, scheiße. Apropos Wasser. Wie steht ihr eigentlich zu Unterwasser-Level... Ja, wirklich mal. Schreibt's mal... Schreib's einfach nochmal in die Kommentare. Das ist einfach... Überhaupt kein Ding. Ich geh lieber auf Nummer sicher. Und jetzt steh'n die Röhre. Ich will ja eigentlich die Münzen haben. Das ist super. Falsch. Links, links, links. Nein, spring doch auf, du scheiße... Grün-Mützer-Klempner, Mann. Nein, spring doch auf! Schlaf dich tot, Alter. Hier sind der gute alte Lloyd und... Master, Barin-Arbeit. Asta. Master. Ja, ich muss dich ja... Vor allen Dingen, wie ihr es mit Titeln ansprechen, hast du mir gesagt. Stimmt. Hab ich gar nicht. Ist gelogen. Kobold. Kobold. Oder Kräh. Kräh ist super. Was würde ich eigentlich sagen? Eigentlich würde ich sagen, wir beenden mittlerweile sogar schon die Sätze. Gegenseitig, sozusagen. Ihr habt's gerade am Einspieler hier gesehen. Genau. Aber ich weiß eine Sache, in der du auf jeden Fall bestichst. In der Star-Route. Nein, da würde ich eigentlich in Glück spielen. Und in Yoshi-Tötungsdelikten. Ich bin der Beste, wenn es um Yoshi-Tötungsdelikte geht. Scheiße. Ja, aber du bist in dem Modus... Ah, schade. Aber ich hätte da unten durch jetzt fliegen müssen. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin ein Loser, Leute. Ich bin ein Loser, Leute. Das war's. Das war's. Leben hat kein... Oh, das war ein Ojas. Komplett. Da kommt nachher die so hässliche Piste. Wie heißt der Gegner hier, der hier kommt? Der dicke Fette unten? Der dicke Fette. Ich glaube dir auch sofort, dass der Iglu-Barsch heißt. Also, Captain Iglu-Barsch. Captain Iglu-Barsch. Leute, ich präsentiere. Das findest du geil, auf den Arsch von Mario zu gucken? Gefällt dir. Das gefällt dir. Oh, jetzt ist der Arsch noch kleiner. Jetzt sieht das los, Junge. Oh, oh, oh. Hallo. Hi. Ich schauf dich herunter. Wie sonst immer auch. Hallo. Dazu sag ich einfach gar nichts mehr und höre auf. Nur ein müdes Lächeln. Ah. Ja, wir sind gut im Mund. Es ging seit ich Butter-Britchen. Butter-Britchen. Oh nein. Nein, nicht Scrolling. Hab ich an. Oh, dieses Level. Ich hasse es. Leute, was hattet ihr von Scrolling denn? War doch geil als meiner eben. Ich hatte wenigstens einen Gegner. Was hattet ihr von Scrolling denn? Schreibt es in die Kommentare. Okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Ich beende hiermit die Zusammenarbeit. Das ist so eine Zeichnung. Aber zeichnet auch. Alter, wir müssen... We all are on the way. Oh, shit. Aber zeichnet... Wo mache ich jetzt hier? Weil du 100 Münzen gesammelt hast. Du bist ja eigentlich Prinz. Prinz, also. Ist aber nett. Ja, warum... Warum... Sie sind der Prinz. Deswegen dürfen sie... Nein. Auf deinen Checkpoint, bevor ich sterbe. Das wäre lustig gewesen. Ja, wäre es auch. Forget it. You motherfuckers. Man kennt mich auch unter Speedrun Arbeit. Jeder, der Mario Kart mit mir gespielt hat, weiß, wovon ich rede. Auf jeden Fall. Varin Speedrun Arbeit. Eines deiner gängigsten Synonyme, auf jeden Fall. Abonnieren nicht vergessen. Andere Videoklicken. Klicken, klucken, gucken, klucken. Also, klicken und gucken macht klucken. Also, die Leute gucken und wir klucken. So. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Nicht gespielt. Wie steht ihr eigentlich zu Unterwasserlevel? Ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Schreibt es bitte in die Kommentare. Aber jedes Mal, wenn Yoshi stirbt, stirbt er mit. Also, das muss man ihm echt zugute halten, ja? Oh, Scheiße. Muss man ja doch echt sagen. Das ist fair von ihm. Eigentlich wollte ich gar nicht irgendwelche Gegner verspeisen. Du hast mich dazu getrieben. Ich habe dich dazu getrieben, es zu verspeisen. Haben wir jetzt eigentlich eine... Das war ein Hörproblem. Wo habe ich denn? Das weiß ich nicht. Hä? Hast du das... Hast du das... Salz, ich glaube, das mit... Okay. Wurde schon mal. Komm jetzt nicht darauf... Komm jetzt nicht auf die Idee, mich zu filzen. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Die Sau, die... Ey, der fässt mich an. Wenn es dann eine Spider-App hat, ist es nicht so toll. Dann sagst du, Mensch, Leute, warum hast du das nicht gesagt, Mensch? Wurde zu reingekommen, ja? Das spreche ich doch ja, nee. Also, ich habe gesagt, du Sau! Du Sau! Hast du nichts gesagt? Fotze. Ja, Fotze. Genau so. F und Otze. Fütze mit O. What the fuck? Nein, warum mache ich das immer wieder? Warum mache ich das immer wieder? Er hat die Sp... gesagt. Weil ich es wissen wollte. Ja, aber warum? Ja, was, was, was? Der hat Feuer gespuckt. Du standest davor, hast voll in die Fress gekriegt. Weißt du, tot. So ein Feuerball. Oh, was mache ich? Und wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht einmal durchgespielt. Aber vernehmt, ich habe nicht aufgepasst. Scheiße. Warum sagst du nichts? Ehrlich mal. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet. Ficken. Impul. Dann kannst du das Level scrollen. Das machst du aber sehr gut. Das war scheiße. Ich bin zutiefst enttäuscht. Echt mal. Da wollte dich jemand versingen. Ja. Aber nicht mit dem guten Herd. Der lässt dich nicht so leicht versingen. Der lässt lieber Yoshis sterben. Yoshi sterben und sich mit Kreissägen zersägen. Und Glücksspinne. Dürfen wir nicht vergessen. Ne, die habe ich ja nie. Ich hätte gerne mal ein Glücksspiel. Aber auf jeden Fall. Fragen auf diese Antwort. Bitte. In die Kommentare. Ergibt gar keinen Sinn. Antworten auf diese Frage. Bitte. In die Kommentare. Fragen auf diese. Fragen auf diese Frage. Wie das davor. Leute. Ich bin's wirklich noch. Er spielt wirklich noch. Er hat mich selber extrem erstaunt. Warum bin ich abgesprungen? Weil du Yoshi töten willst. Nein. Ich glaube, ich hätte ihn getötet, wäre ich nicht abgesprungen. Ich stehe in deinem Namen. Dein Name ist auch eine Y. Siehst du? Ich für euch. Also ich spiele jetzt 180 Minuten am Stück. Das heißt, bedeutet für die Leute, die nicht wissen, was es bedeutet, drei Stunden. Willst du jetzt deine Zuschauer dumm machen? Nein. Nein. Wieso denn dumm machen? Ich gehe davon aus, dass die meisten jetzt zu Hause sitzen und sagen, ich hätte es gewusst. Genau. Bis dahin. Herr Arbeit sagt Tschüss, so bis zum nächsten Mal. Und Lloyd sagt, leck mich. Nein. Macht's gut. Ich bin ich lieb. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario World. Sagen, der, der letzte Mal gesagt hat, leck mich. Das war Lloyd, glaube ich. Und der gute Herr Arbeit. Der immer lieb zu euch war. Und nie gesagt hat, dass ihr dumm seid. Das habe ich nicht gesagt. Nein. Nee, hat er nicht. Der Arbeit ist schon netter. Ich spiele ein breites Publikum an Zuschauern. Da sind vielleicht auch etwas kleinere Zuschauer mit bei. Ja. Die dann zu Mama gehen und sagen, was heißt leck mich? Das hat der Lloyd gesagt. Und der Arbeit hat mir endlich erklärt, wie Rechnen funktioniert. Ja. So musst du das sehen. Pädagogisch wertvoll. Ja. Definitiv. Ne? Nein. Ich versuch's gar nicht. 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 Du hast mich so erschreckt. Von der Seite. Von der Seite ist das erschreckt. Woher sitzt du da eigentlich? Ich muss mich unterstützen, weil es ja eigentlich ein Wii-Game ist. Sonst wär's gar nicht so's Problem. Ich raste aus. Sehr gut. Ich glaube nicht, wenn nicht mehr Donations langsam auf meinem Kanal kommt. Nein, Quatsch. Noch mehr? Noch mehr. Donated für die PS5. Auf jeden Fall. Wernie O. Wofür steht denn diese O? Olga, ehrlich, ja? Nein. Also, wer die Antwort auf diese Frage kennt, ihr wisst, wohin. Diesmal ist alles... Start, Start. Danke. 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 Er ist nicht gesprungen und ich dachte, was soll's? Was soll's? Fliege ich in den Tod, gleite ich hinunter, ins Verderben. Und da kam von rechts der engelsgleiche Klang. Start. Start, Start. Start. Hengelsgleiche Start, Start. Und, zack, Leben. Ich bin am Leben. Von zu Hause. Als aus Berlin. Nee, das war nicht. Das war in allerletzter Sekunden. Das war der Homebutton. Zum Glück habe ich als Hintergrundbild das Weiße und nicht mein Nackenbote von mir. Ja. Auf der Playstation. Gerade mal so gerettet noch. Ob wir das bald wieder machen sollen. Nein, scheiße. Das erinnert mich an Willy Wonka und... Neeein. Dann Willy Wonka und Charlie und die Schokoladenfabrik. Geht doch nicht. Lass es. Okay, Börderfehl zum Schluss. Das ist das Schlechte. Ja, lass dich nicht täuschen. Der Klatschkreuzel. Okay, okay. Wenn du einfach springst. Was war das? So macht man bitte. Alter. Ich habe zwar alle meine Items verloren. Hab Yoshi nicht mitgenommen. Aber ich habe einfach meine Level springt einfach unter ihm. Zack. Das geht gar nicht. Wie steht ihr eigentlich zu Unterwasser Level? Das möchten wir sehr gerne von euch erfahren. Bitte in den Kommentaren. Mitte auf diesen Fragezeichen-Orb. Ja, mit Sicherheit, Alter. Was war denn das jetzt hier für ein Lachen? Mörderfehl. Und wir haben gegessen. Wir sind voll. Friskoma sitzt ein. Und hier sind einfach mal verfickte Drecksschlamm- und Geister. Alter. Diese Punktländer. So macht das ein Herr Arbeit. Aber nur, weil du bei mir sind, das mit mir. Wie nicht geht, meinst du wohl? Wie nicht geht. Oh, jetzt sieht das los hier. Jetzt sieht das los. Hört ihr das? Dann nennt ihr auch Bier-Bari. Hört ihr das? So, liebe Kinder. Der ist K-18. Da der Herr Arbeit ja volljährig ist, obwohl, ich glaube mit 16 ist das schon in Ordnung, aber lass das lieber, macht erst mit 18. Oder macht es gar nicht. Oder macht es gar nicht. Trinkt der gute Herr Arbeit jetzt ein nicht gefühltes Bier? Von der Marke. Aber immer noch besser als diese Chemo-Scheiße, die sich Energie schimpft. So, Masterwork is on the way. Ich würde sagen, Freak. I'm free. Ich kann es nur mit dir gespielen. Merkst du was? Merkst du was? Ich habe sonst keine Freunde. Ich wollte es nicht sagen. Ich will sonst keiner mit mir spielen. Du hast heute eine Blutflasche. Ich wollte es natürlich nicht so. Du hast heute deinen einarmigen Banditen. Zu Hause. Du hast heute ein Glücksspiel. Recht auf Ause. Joshi hast du auch. Den er immer schön ableben lässt. Ja, wirklich, Joshi zu Hause. Diese Ficker. Entschuldigung. Jetzt will ich noch schnell die Federn. Uuuh. Uuuh. Nein. Nein. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Wieso schaffst du das nicht? Ich schaff das nicht. Ist das Problem? Ehrlich? Jetzt hast du es. Ja. 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 Verdammt. Ja. Das war ernsthaft? Ja. Am ersten Mal? Ich hatte uns noch Probleme. Nein. Oh, scheiße. Professional Pipe Jumping. Das war der geilste Tod heute über. Schön. Da trink ich mal noch einen. Wohin. Ob das besser wird. Oh, schön. Wirklich. Elegant. Da ist es wieder. Reite den Rettich. Reite den Rettich. Oh, das war bloß. Oh, das war cool. Überhaupt gar nicht auf der Zeit geachtet haben. Habt da Glück gehabt. Konntet da mal ein bisschen mehr kicken. Dafür werde ich diesen Part auch vollgestopft haben. Ihr werdet es gemerkt haben mit Werbung. Oh, geil. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ehrenmann. Ja, wir bedanken sich auf jeden Fall für die Zuschauer und Leute. Eventuell auch. Ja, eventuell. Nein, nein. Und wir sehen uns im neunten Part von Super Mario. Bis dann, meine Kindheit. Überzogen hatten. Er hatte dann Überlänge. Die nachfolgenden Programme mussten deswegen auch alle ein bisschen verschoben werden. Mit ja großem Stress. Überlänge hast du ja sonst. Überlänge hast du ja so einen Counter einführen, wenn ich die Videos dann schneide, wie oft du mich hier disst hast. Wie oft du mich hier disst hast, Bälle. Hä? Nennen wir einen einzigen. Ach doch, ich kann bestimmt einen kommen. Na ja, dann los. Irgendwas. Irgendwie so Leute, das ist ein Pfeifen. Nein. Überhaupt nicht. Ich bin Teamplayer. So, was kennst du mich? Ich bin größer nicht. Deswegen ist meine Community auch viel größer als deiner. Da haben wir ihn schon. Da haben wir ihn schon. Mit deiner Gier nach Leben stirbt Yoshi. Bei mir ist das einfach nur meine Unfähigkeit. Merkst du den Unterschied? Was ist wohl schlimmer? Wunderbar. Sehr schön. Ich bin ein verdammter Profi. Richtig. Jo. Oh. Boulos, Boulos. Die Sucht ist entflammt, Junge. Das ist schon wieder. Ich hab mir noch nicht gehört. Das ist zweimal. Das ist mir abhängig gemacht. Scheiße. So. Na, Elian hat... So. Nein. Drei Leben. Ich raste aus. Drei Leben. Rekord. Top das. Ja, liebe Leute. Was haltet ihr von unter was er will? Schnell mal den Yoshi holen Nein, 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 hör da rauf Ja, ich wollte doch da rauf springen Ja, ich weiß, ich weiß Oh nein, ich bin Game Over Nein, aber es ist ja nicht schlimm, denn Nein, nein, ich weiß Ich bin ja übelst ein Gönner Weil ich dir ja vorhin schon 24 Leben gegeben habe, kannst du mir jetzt mal 10 zurückgeben Ist ja kein Ding Oh, scheiße, ich wollte auch aufhören, weißt du, ich wollte gar nicht weiter fliegen Ich wollte auch aufhören Du weißt doch, wenn man Spielsuche ist, kann man nicht aufhören Ja, genau Ich flieg weiter, das klappt, das klappt Nein, du hast Yoshi für ein Leben geopfert Alle sind Zeuge, wie willst du damit weiterleben? In den Todsturz zu lassen, okay Ey, das war nicht Yoshi, ja Das war Baby Yoshi Das ist ja noch schlimmer Ey, befassungslos Wenn du dieses Level voraussichtlich abschließt Hm? Dann hast du nur noch die Möglichkeit, das Psycho-Einlinge zu holen Ich wollte damit ansprechen Hast du die Möglichkeit, Glücksspiel zu betreiben Oh Sagt er, jetzt kommt sie Nein Sagt er und dann kommt sie wieder durch Yoshi Nein Jetzt heißt es nur noch überleben Großer Mario Ach ficken, Mann Scheiße Ach, First Try wäre so edel gewesen Nein Nein Warum? Hinterrückst du klein Hinterrückst du kleiner Oh, elender Wicht Mein Gott Kann doch nicht dein Ernst sein, Alter Was ist mein verficktes Problem? Die Chucks Na, fuck Na, fuck Na, fuck Na, fuck Na, fuck Ah, das ist wirklich ein Schuss, ne Zeige, dachte ich dann Ja, doch, ja Cool aber Ne, ne, ne Aber wirklich, äh, amüsant auf einmal Innoviert Hallo Hallo Spiel doch mal richtig, Mann Spiel doch mal mit Strich schon mal an, ey Keine Sache, dass ich alles alleine machen muss Wird sie nicht gebrauchen, bei denen Leck mich doch am Sack, Mann Man werdet ziehen, übrigens, wie sei es der Pfeil Echt? Komme die kleine runter, ey Nein Wir wollen ja nicht gewalttätig bleiben Wer merkt da mal, was ist schlimmer? Elko oder Monster Energy? Schreibt's in die Kommentare, halt Scheiße Du kannst grad sagen, jetzt käme der Homebutton richtig gut Du hast noch heimlich gedrückt, so schnell, dass sie das nicht mitgekriegt haben Naja, da war Delay da auf Melk nachher mir ankicken In Frames einzeln auseinander nehmen Geil Und dann so die große Schlagzeile Leute boykottiert an Arbeit Unfassbare Story Ich habe einen Höhlenraum Meganein Wie schlimm, das sollte Neeeein Scheiße Aber man sollte drü- Fuuuck, warum mache ich es? Vor allem Fuuuck, warum mache ich es? Oh nein Warum sollte man sowas tun? Ich hasse mich dafür Ich hasse mich dafür Ah Beandrückend Scheiße, Mann Da, Heike, richtig heiß in den Augen Hast du in den Augen? Findest du nicht? Ne, doch, ein bisschen Bisschen schon, ein bisschen Ich sitze auf dem Spielbild kicken in meine Augen Bisschen Heike schon Angst Bisschen sind geil, ja Bisschen 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 Mein Gott, verpiss dich doch mal Hier, gehst du dir bei die letzten vier WhatsAppen vor, die ich gekriegt habe Barin, du hast so wunderschöne Augen Barin, deine geilen Augen machen mich so schwach Barin, du hast schöne blaue Augen Alle drei Nachrichten von dir, Leute Ich sollte, glaub ich, langsam noch mit aufhören, oder? Ja Ich hab ja gesagt, dann Ja, ich spiel mit dir Auf damit Ich spiel mit dir Mach mich verlegen Ich spiel mit dir auf damit Einfacher Schaffen wir da nur noch größer Das kann gut sein So, während mir der Leut hier Bei Leben abgezogen hat Der kann doch noch vor 17, glaub ich Nein, was ist denn? Ne, Alter, Dude Äh Was warst du denn da? Ach, da bin ich ja scheiße Also Barin, also Barin kommt klar mit der Technik, wie man sieht Ja, abonnieren, äh, liken und äh, bei Leut Dislike da lassen Genau, und kommentieren Und kommentieren, scheißegal Wie, nur scheißegal? Dann steht da Hashtag scheißegal Okay Irritiert, oder? Ja, extrem Ich bin hier grad ein bisschen Er geht auf den Pilz hin Mach gleich aus Ich renne aus, mein Freund Ich mach gleich aus Ich weiß, es ist groovy Alles klar mit dir? Ja Ich bin grad am sterben, aber es ist okay Ich merke dich schon Schau mal einfach durch rein Ja, 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 ja Scheiße So Herr Arbit hat groovy geschafft Wuh! Groovy! Groovy, wuh! Und wird in unter 3 Minuten Alter Raste aus Oh nein Nein Wie steht ihr eigentlich zur Unterwasserlevel? Ja Würde mich interessieren Wir bist ja in die Corona Ja Ja Ey, wer jetzt von oben noch in den Hammer gekommen Und hätt dich gekillt Du hättest so gefeiert Hätt ich dich gekillt So, Bonuslevel für Lloyd mal wieder Überraschung Number 6 Sitz mit der Jupp Nice Ich mein, so Jump'n'Runs als Genre gefällt dir ja auch sehr gut Ja Ansonsten wär ja Stand'n'Run, ne? Nee Stand'n'Run 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 ist Superbarin Lassen wir's immer so Leute, Stand'n'Run in den Kupfer Ersteck Stand'n'Run Ersteck Stand'n'Run Ersteck Stand'n'Run Halt die Schnauze Du hast mich konzentriert Siehste, jetzt hat er auch nicht geschossen Let's play together, was ist denn denn? Ne, wenn du draufsch... Die mittlere Die mittlere Ah Das werden wir gleich mal ausprobieren, wenn ich mal schaffe bis dahin Lalalalalala Lalalala Lalalala Ich bin doch im Groovy Level Ich bin doch total geflasht Ja Alles so easy Sehr kacke So wie's da steht Einfach so random Einfach so random Einfach nur holz Aber kacke Also für alle die, die grad mal einschalten Wir spielen den ganzen Tag schon hier im Proberaum von dem guten alten Herrn Arbeit Und der Leute hat gerade das Wort kacke gefunden, dass ich hier so formschön an einer Decke kleb von einem Hoch-Lager-Raum Ich hab ja noch andere Probiere gebrauchen Aber kacke hätt's dir angetan Ja kacke ist gut Was gibt's denn hier noch? Na, meinte ich die? Meinte ich die? Ja, aber ey, was konnten wir da denn sehen? Äh, ich wisse, hier war ich schon dran, ich hab einfach gerade aus dem Fenster gekickt Ach sooo Weißt du hier kacke die ganze Zeit nach rechts gedrückt mit Y im Anschlag Ach sooo So sieht das dann aus Ist ja nicht schlimm So schnell beendet waren Ach verdammte Scheiße, das ist natürlich ne sehr gute Idee Das war selten dämlich Zwischen Genie und Wahnsinn Oh, das ist wirklich ne gute Idee Oh, das war selten dämlich Die Idee war wirklich gut Die Idee gibt's so gar nicht Was ist denn das? Ich brauch Leben So Barinaske lust mehr halt Was ist denn da los? Du willst doch wohl nicht schwächeln hier Ich brauch meinen 19 leben Ja komm Papa gibt Nee, nicht Komm, nimm einfach Outrageous Outrageous Leute, wir spielen das allererste Mal heute das Level Outrageous Outrageous Wir wissen nicht was passieren wird Und deswegen ist die Leute auch gleich beim zweiten Gegner tot Oh Mann, wir haben insgesamt nur noch sieben Leben Das wird hier gleich in einem Game Over enden Also wenn du so weiterspielst schon Ach die Schnauze, ich bin genau so weit gekommen wie du grad Oh, der war wohl wirklich okay Jetzt hol den verfickten Yoshi Nein, nein, nein Wie ist so in diesem Ton, Mann? Oh, ich hab den verfickten Yoshi Genau Und da links ist ja besser, 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 besser Ah, schwierig, ja Gut, ach, schlusset Spielen wir weiter Hey, scheiße Hey, scheiße Ist ja nicht schlimm Jetzt hier auf die letzten Meter Können wir noch mal ein bisschen mit unserem Skill bestechen Der wollt nicht Genau, machen wir jetzt hier Oh, so ein Ballett Mann, Fickl Ähm Spiel für eins? You Are Super Player Ausrufezeichen Ausrufezeichen Mann Oh, so ein Wann Schösser gibt's ein Geil Alter One Up Wir haben ja nicht genug Geili geili Rie Cool 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 Cool